Servus YT bei eurem STA4A. Wir sind in Call of Duty MW2 und wir spielen Kissenkrieg und zwar gegen Squall. Hallo Squall! Ajo! Ajo! Und ich habe ganz viele andere Menschen hier noch mit im TeamSpeak. Hallo andere Menschen im TeamSpeak! Hallo! Jawohl! Und es geht jetzt los. Kissenkrieg in der tollen Map. Ja, in der tollen Map rund um. Wir wieder mit dem Schild. Bisschen Oldschool. Back to Roots quasi. Und Battleaxe, ich erwarte jetzt viel von dir, ne? Ich möchte jetzt Kisten von dir sehen über Kisten. Ah, sehr gut. Notfallabwurf über Notfallabwurf. Heuchte gehört. Übrigens. Übrigens. Also wir haben alle das Wurfwasser dabei. Eine Rauchgranate haben wir noch dabei. Also die Menschen mit Waffe und ein Sturmgewehr mit beliebiger Aufsatz rubbeln die Katz. Außer Rennradwerfen, weil das ist ein bisschen nubig. Habe ich mir gedacht. Ich lasse euch mal ein paar Freiheiten heute. Könnt ihr euch euer Lieblingssturmgewehr auswählen. Und ihr könnt sogar das Messer mit dem Map werfen. Bin ich nie heute übelst nett zu euch? Ich wollte nämlich nur sagen. Ich bin nämlich heute übelst nett. Ja, und ich hoffe, ich habe ein nettes Teammates heute. Teammates gedöhnt. Au. Nein. Ninja, du bist nicht nett. Du schießt auf mein Schild. Da sehe ich nichts. Das ist unnett. Brauche ich 10 Minuten, Leute. Oh, nein. Oh, Vorräte, ey. Ach, ihr müsst die Kisten, die Vorräte, müsst ihr euch ergattern, indem ihr Leute abschießt, ne? Bitte die Kisten aufs Dach. Hauen beim Stehen rein. Viel Spaß, Stehen. Und die erste Kiste. Danke schön. Haben sie sich die Kiste erkämmt, oder wie? Nein, 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 nein. Oh, ja, das ist eine sehr starke Kiste hier. Könnt ihr euch nehmen, wenn ihr wollt? Ich brauche sie nicht, Battleaxe. Alles Gute. Weil Munition brauche ich nicht. Die brauche ich nicht. Die brauche ich einfach nicht. Soll ich mich irgendwie für euch hier hinstellen? Ich fühle mich auch gerade zu überflüssig. Ja, gut. Passiert halt. Hallo, Männchen. So, mach mal ein bisschen hier. Ist das so ausgeglichen, dass es echt keine Kisten gibt? Wie krass denn das? Oh, na, komm. Was soll ich mal aus? So, ich überleg schon die ganze Zeit, ob ich meinen Wurf mal zum Werwerfe. Aber ein bisschen... Hallo. Hallo, Squall. Ja, ich schieb mal auf mein Schild. Ich bin da. Zack. Ey, da ist die Blendgranate. Zack. Aua. Hast du das gesehen? Ich habe keine Blendgranate geworfen. Hast du das gesehen? Eich galt. Eich galt, Alter. Du schild, Junge. Das war meine Blendgranate. Die habe ich mir gerade mal so gegönnt. Wie durch das Schild. Ich habe mit deine Haxen geschossen. Deine Haxen habe ich geschossen mit meinem Wurfmesser. Ach, was? Du hast das Schild kaputt geschmissen. Ich wollte kraftige Probe. Ja, Junge. Ich bin so brutal. Das geht da. Halt, Junge. Hier, Battle-Ex. Es sind schon fünf Minuten vergangen, ne? Ja, ich bin schon dabei. Ja, du bist dabei. Ich zähle heute auf dich, ne? Wir haben auch mal heute ein paar mehr hier, äh, im Kistenkrieg selber. Mal schauen, ob es hilft. Aua. 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 Was wüssten du von mir? Hab ich gar nicht getan. Also noch nicht ganz zu viel. Aua. 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 Aha. Hauzlein haben wir vergessen. Kann ich dein Messer? Hä? Wie bitte? Ich höre schon zwei Messer. Ja, weil mein Teammates mir hoffentlich ein Messer geben. So nett wie sie sind. Dankeschön. Lol. ich möchte gerne andere kisten haben ich möchte tauschen tauschen gibt's nie ja hier guck mal hier kriegt erst mal die erste drohne oh nein bitte nicht schießt auf die drohne macht sie kompott ja 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 schon wieder eine drohne äh ne kiste oder vielleicht ne kiste ja das ist ziemlich tricky hier aber eine sache alles ob machen wir mal einen notfall abwurf okay 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 ich versuche mich jetzt hier meine baue trinkt mir mal eine du hast schon wieder so feine ist hier ich habe auch schon zwei kills ne ich weiß gar nicht was geht bei euch ich find's top ich nie ich find's top ja ja allgemein das ist eine herrier recht jetzt wo ist denn da ich sehe mich hast mich angelogen du hast mich angelogen ich hab dir auch angelogen wir hatten hier so viele kisten für mich hingeschmissen ich bin froh ja haben mich brauchen wir vorwurfen was auch so kann ich meine kills machen also ich habe es jetzt noch keine kiste regner das ist irgendwie so battlex jetzt doch einiges abgeschickt die munitionskiste das heißt gar nichts läuft bei der kiste weiß ich nicht ich bin also das ja und das jürgen was weiß ich ja nun von abruf das gibt sich jawohl was noch ein Wort nein la 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 weil du mich verarschen ja ich glaube ich habe eine Schwede wollte mich treuen jossi viel Spaß hier da kommen die Städte aber diesmal nicht so gut geworfen aber okay ja ja da liegt was ganz weit ist aber was kannst du auch noch mal machen das können ich denn ja manchmal so jetzt bin ich dann rein ja bist du ja gut machen wir mal hier so eine kleine rupse nein da dann 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 aufgrund der nächste johann hat sich das Wort ich finde ich ja okay ist ich habe noch mal da kann ich aber die abstehenden das wird ne ne und kann ich nicht so komme ich nicht so ladys ey was ist denn was ist hier los Kaffee nicht bei LX was ist die Kälte Kronen und Schopper unter der Zolleckung ich kann nicht in der Mühle in der Art Weg er kommt dort ja auch noch holen der Kälte ist auch ein Grund holen müssen wo ist er denn Das finde ich, weil ich mit der Stringer eigentlich die Meister brust spülen habe. Sack, schön hier. Jetzt geht sie los. Da kommt, da kommt, da kommt. Na gut, war gar nicht ganz so schlecht, ja? Aber ich muss dir sagen, Squall, das war bloß der Anfang. Nein. Da kommt noch was. Das kann nichts Gutes bedeuten, Leute. Da kommt noch was. Da ist noch einiges, einiges da laufen. Wir müssen aber für den Squall aufholen, weil das die fliegt schon mit 22 Kills wieder. Ah, ich brauche noch mal Wurfmesser. Habt ihr noch was? Stuhl, Hacker, ey, gohn. Wo ist es? Wo ist es? Ich finde sie nicht. Ach, ich habe es. Gut, dann. So, wie liege ich vorne? 22? Oh, wie fand ich Squall? Ah, da ist noch was drin. Da ist noch was drin. Das könnte noch knapp sein. Es könnte noch knapp werden. Hier. So, Team? Ja, das finde ich schon mal sehr gut. Hier, fünf Kisten, den schmeißen. Perfekt, Leute. Achtung. Notfallabwurf. Oh, mein Gott. Jawohl. Das ist schön. Das ist schön. Aber Notfallabwurf ist nicht schön. Ich finde es toll. Ne, ich irgendwie... Ah, ja. Oh, Tobias, der stirbt. Haha. Nein. Fein weh. Ich hatte das Gefühl, deine Abschlussserien treffen immer mich. Na klar. Das haben sie so an sich. Jo, mach das kompott, willst du. Ja, mach scheiß kalt kaputt, ey. Oh, Junge. Komm mal klar. So, ich habe jetzt erst einmal Vorbild bekommen. Und, ne? Ja, das ist eindeutig nur Bruchgamer, der das hier schafft, ne? Boah, das wäre es. Hätte ich jetzt getroffen. Wurfmesser! Mit Tachli! Fackeln! Jo, danke schön. Ey, du, lass mich. Ich wusste, dass du da sitzen musst. Bist du so gar nicht, weil du meine Position dahinten nicht mal kennst? Boah, schade. Schau mal, wofür sie wieder. Das war die letzte Runde. Du, es ist eine Bertha. Nein, ich bin gestorben. Verdammt. Aber ich habe gesehen, der hat ein Helikopter, das Squall. Jesus, hast du das gesehen? Nein, hast du nicht gesehen? Doch, doch. Ich muss hier jetzt langsam mal aufheben. Kann die auch stapeln, ne? Ja. Zack. Rache ist süß. Was, eine Kiste? Ist nicht der Ernst, oder? Alter, du bist so brutal. Hol die Kiste, ne? Ey, der flog ein Wurfmesser. Kann ich das bitte wieder haben? Langsache, komm ich wieder ins Spiel rein. Oh. So, Roxy war noch g'siite. Ey, nee, die Kobra ist echt uncool. Zack, und Abwurz. Hey, der hat überlebt. Unfär. Autsch. Geil. Oh, mit den Abschlussern geht's jetzt richtig los. Seht ihr das? Oh, krass. Krass. Hey, jetzt bin ich wieder da. Bitte was? Okay. Was, ein Notabwurf? Jawohl. Ich stieb, das ist nicht in Ordnung. Hey, klar, das ist ja noch so wurscht. Ja, das ist echt hart. Hardcore-Vibes. Yo. Wie steht's denn hier so eigentlich? Ich muss hier mal aufholen. Und in meiner Kiste. Also schön ist es, wie? Es ist gut, aber nicht schön. Wie war das? Will jemand eine Munition haben? Kann er sich nehmen. Ja, ich brauch Munition. Ähm, ja, mach ich. Ja. Zack. Oh, oh. Hi. Ah, böser Helikopter. Zack. Au, ey. Sauber. Ich schimmel ja alle da hin. So. So, ich hab auch Rente. Ich schimmel alle da hin. Alter, ist die Farmer's scheiße. Ah. Es gibt übrigens keine Rückrunde noch. Das ist die zweite entscheidende Runde. Entscheidende Runde? Au, nein, ich sag. Ach, Steve. Ich hab was gefunden. Leute, ihr müsst hier Vorräte machen. Nein. Ja, komm, ich hätte die Kraft, aber Steve hab ich das müssen. Tja. So ist es. Fall im Hau. Samer. Hm, 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 hm. Hm, 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 hm. Hier ist eine Munition für euch. Ja, ich will, ich will, ich will. Ich hab gar keine Munition. Ja, mein Notfallabwurf läuft beim Notfallabwurf. Bäh, 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 bäh. Jawohl, P-Flow räumt up, scroll down. So muss sein. Yo, super geworfener Notfallabwurf. Hm, top. Ich bin extrem stolz auf dich. Wenn ich mal groß bin, würde ich so sein wie du. Das war sehr falsch geworfen. Groß werden? Ja. Ah. Oh. Nein, mein schönes Haley-Gedöns. Oh, der Payflow ist einfach mal geil. Mach die viel zu weit nach oben. Oh, wie soll ich das denn aufholen? Leute, Notfallabwurf, Leute. Notfallabwurf. Was, quoll. Schön reingelaufen. Das sah gut aus. Na ja. Der ist doch einfach so ein Gerät. Der Gehalt hingestellt, warsch. Ich brauch mich doch mal Wurfen, also Leute. Kann mich jemand mal anwerfen. Hallo, Menschen. Ah, guck mal. Hier, blaue Menschen dort oben. Schick mir dein Wurfmesser hier runter. Ich stehe an der Front. Mittelbrücke. Oh. Warte, das wird hinten. Das geht auch. Äh. Was für eine Sprache spricht der? Verstehe ich ja mal gar nicht. Oh, Bruchgamer, das Wortleber mal daneben gefallen. Typisch. Was, was ist immer mit mir? Vorräger, los, Killian. Do it. Do it. Drei Minuten, vier Minuten noch durchhalten, Leute. So, Leute, hier, für euch. Hä? Sehe ich da richtig? Da ist Rauch. Ich stehe hier am Schimmeln an der Ecke. So, ich hab Notfallabfug. Bist du in meinem Team? Ja. Sauber. Das ist verkehrt. Ne, ne, das muss den bei uns rüberwerben. Das ist schon richtig so. Okay, kann ich nächstes Mal machen, ja. Was, nein? Das ist nicht irgendwie hier, äh, nein. Guck mal, ob der diesmal ordentlich geworfen ist. Und? Feindliche Vorräte, man hört nur, feindliche Vorräte hier. Leute, ich hab seit fünf Minuten keine Kiste mehr gekriegt. Ja, um die Zürcher könnt ihr euch nehmen. Du machst doch so, aber... Genau, machst du das selber, sei mir am besten. Machst du das selber mit, mit Shield, Moment. Ja, Scheiße. Ja, drei Leute. Das ist nicht schlecht. So, das hier. Dann gebe ich euch das. Dann nehme ich mir, ja. Das? Wenn ich mich nicht kurz besiegen kann, dann kann man ja nicht brechen. Mensch, das ist cool. Schön, Bams, hat's gemacht. Ach, hast du jetzt meinen Helicarrier zerstört, oder wie? Bist du jetzt stolz auf dich, Squall? Ich bin gleich stolz auf mich. Okay. Dann? Eve, keine Band abdrehen. Okay, cool. Komm mal. Hier, bitte. Dankeschön. Du darfst ja keine Band-Kanale benutzen, ne? Achso, ja. Ich dachte nur, das Geschütz auszuschauen. Naja. Aber gut. Oh, mein Mist. Ich mach nochmal hier, um Atrod, Atriox zu töten, brauch ich jetzt nochmal Laufmesser. Ey, warum müsst du mich oben bereichen? Na, weil du wo da bist, du bist wo da. Ey, komm, bitte. Das Geschütz ist Geschichte. Doch, ich hab der Hufmesser, Hufmesser, wenn du das nicht findest, dann bist du leider nicht findbar. Hey. Schade. Ich dachte nur, aber du schiebst da oben. Ey, das Wurfmesser noch. Komm, werfen wir wieder zurück. Ah, warte, hier ist irgendwas, ich hab jetzt gehört. Jetzt hab ich's. Steve, wo bist du? Hab was für dich. Ja, hier vorne an der Front. Ein Paket? Ja, gut geliefert. Okay. Drei Tage per Prime, oder? Noi. Ich nutze. Ah, was bekommst du? Eine Drohne. Vor allen Dingen ziemlich unoffensichtlich gelegt. Dass ich das extrem gut lindern kann, das Paket. Ich hab keine Munition. Machen wir mal weiterer Schutz. Bin an der Kiste und hab keine Munition. Das ist schlecht. Das verstecken. Habt ihr aber nie eigentlich hier nur noch mit drin? Oh, ne? Oh, ne? Ab jetzt bin ich hier tot. 40 Sekunden noch. Sterb. Ja, es kam. Das ist doch nicht so. Ja, es ist die Sprache noch ein Wurfmesser. Da ist irgend der Typ da. Gameplay müsste auf die Senke. Das ist ihn. Steve, hier. Alter, ne? Das ist ein Wurfmesser. Blicken bei der V... Bis nach vorne. Wo ist es? Wurfmesserkill. Ja, und jetzt. Wurf, Wurf. Nein. Zack. Das Quold war schön gemessert hier. Habe ich. Wie wir werten jetzt rein, du redest die dritte Runde. Wie lange? 10 Minuten. Oh, ne, jetzt so lange. Glaube ich. Oder 2,5 Minuten. Wir gucken mal. Wenn es eine 5 Minuten Runde ist, machen wir sie noch. Und wenn ihr dann... Schau mal. Okay. Leider wieder mal gegen mich gewonnen. Na gut, ich würde sagen, das war's. Und... Oder wir werfen noch die letzten Kisten, oder? Wollen wir noch die letzten Kisten werfen? Ja, gut, weißt du was? Jetzt hat er so lange dran gearbeitet, hier. An den... An den Notfallwurf. Dann haben wir den nochmal raus. Ja. Und dann... Ich gebe dir nochmal 30 Sekunden zum... Ne? Oh, hier ist gar nicht dabei. Oh, der ist er! Was macht ihr? Okay, gut. Dann war's jetzt mit Kistenkrieg. Ich werde noch die letzten Bomben auf euch niederprasseln lassen. Und bedanke mich für's Zuschauen. In einer kleinen, famosen Runde Kistenkrieg. Und haus drin! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Euer Steve Pity. 52 zu... 16. 15. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.